Ne, hier nichts. Hier ist zu. Mit dem Typen da drin können wir halt noch quatschen, ne? Oder mit der Frau. Ist das eine Frau? Ist das ein Typ? Keine Ahnung. Aber die Frage ist, wie eigentlich... Eigentlich müssten wir ja hier durchquatschen können, so, ne? Aber irgendwie geht das nicht. Ja. Ist dann halt jetzt so. Hm. Not talk too much. Ist noch was? Okay, nicht, dass ich mich hier wieder irgendwo reinpacke. Hm, diese Energien. Ich kann sie fühlen. Ah, das sieht man eben hin da. Ähm, ich hab dich nicht gesehen. Was machst du? Äh, wie kann ich das erklären? Ähm, ich versuche... ...measure meine Warnzeit aus. Cool. Oh my gosh. Ja, cool. Okay. Äh, ne. Nochmal. War nichts Interessantes. Physikalischer Blabla. Einfach, der versucht, die Energien zu, äh, zu erspüren und versucht das, ähm, als Wissenschaftler physikalisch irgendwie zu erklären. Das Problem ist, es geht halt nicht physikalisch, weil physikalisch würde es irgendwie, ähm, würde es bedeuten, dass das... Irgendeine Materie hätte, oder irgendwas, irgendwas Messbares wäre, das... Obwohl, es ist eigentlich messbar. Das merkt man ja allein schon darin, dass, ähm... Das Gekrissel... ...auf, am Handy... ...so, die boxen sich immer noch, die quatschen immer noch, die stehen immer noch, die sitzen immer noch. Oh. Hm. Ich glaube, hier ist nichts Neues. Okay. Die quatschen immer noch den gleichen Kram. Hey, da... Okay, P.I. Klasse, ja. Oder er war... Ja, gut, dann, ähm... Ach, Verzeihung. Gehen wir in die Schule. Äh, ins Hotel. Permanently closed. Das ist egal. Uns stört das ja nicht. Ach so, permanently closed, ne? Aber dafür gibt es hier jemanden mit... Selfie-Stick? Okay. Wird schon seine Richtigkeit haben. Hey, Guys! Kutamu-sama-Ami! Pion und Yono. Willkommen zu... Willkommen zu... Ghost... Geister, äh... Auf frischer Tat ertappt. Die großigste Show ever. Hey, wer bist du? Äh... Bist du hier auch in Videos zu machen? Hey, hey! Ähm... Wo gehst du hin? Bitte, ähm... Bitte sag uns, wenn du etwas Gruseliges findest. Mach ein Selfie von der Kamera. So, hier sind kleine Fische. Und hier ist auch alles zu... Einmal hier ist Selfie. Okay. Äh... Habe ich die beiden Türen da schon probiert? Nee, ne? Ja, welche beiden Türen? Hat sich erledigt. So. Ähm... Oh. Da steht jemand. Die Tür geht auch auf. Ja gut, ist halt ein Hotel, ne? So, vielleicht sollte ich das Licht anmachen. Hier ist niemand. Der Fernse geht nicht an. Hier kann ich auch nichts untersuchen. Was haben wir hier? Ist alles im Spiel? Okay. Cool, dass wir in jeden Raum reingehen. Und hier ist es halt wieder so, dass... Ich glaube, das ist auch grundlegend generisch. Klar, es ist ein Hotelzimmer. Äh... Die sehen eh einmal gleich aus. Also, innerhalb eines Hotels sehen die gleich aus. Ähm... Okay, hier ist zu. Hier ist zu. Okay. Cool, cool, cool. Aber... Du hast mich erschreckt... Äh... Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du wärst Amy. Äh... Wozu... Äh... Wo auf der Erde bist du hergekommen? Hä? Alles klar. Hier kann... Ich... Irgendwas mit... Ja. So, ich mach auch ein Beweisfoto von dir. Ich weiß zwar nicht wofür, aber man kann es mal verbrauchen. Hier ist... Abgesperrt. Das ist wunderbar. Ja. Ja. Ein Aufzug. Ein Aufzug. Ich liebe Aufzüge in Horrorspielen. Ich liebe aufzüge. Und endlich mein Lieblingsstudent erwartet. Hab ich mich erwischt? Pssst. Nicht antworten. Das war rhetorisch. Listen. Ah, dein Herz. Ich kann es hören. Anger. Selbstdoubt. Und ist das... Guilt, vielleicht? Ha, 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 ha. Burger. Schön. Ähm. I'm back. Ich bin zurück in dieser... Ach, scheiße. Ähm. Akt 4. On the Hunt. Auf der Jagd. Ähm. Ich bin zurück in die Realität. Ich muss sie finden. Schnell. Schnell. Fuck. Der hätte noch irgendwas vorher gesagt. Ähm. Ich kümmere mich um Siska später. Ich kümmere später um Siska. Die Kamera funktioniert nicht. Ich brauche ne fucking Waffe jetzt. Ähm. Ähm. Der Aufzug scheint äh außer Betrieb zu sein. Es muss einen anderen Weg geben. Okay. Na gut. Ich kann aber immerhin noch stunnen. Ich kann nicht durch ne Tür gehen. Okay. Ach, scheiße. Okay. Die sehen mich so. Ähm. Okay. Ich muss die... Ich muss tatsächlich mit Stun arbeiten. Oh. Ah, ha, ha, ha. Nein! Scheiße. Fuck. Okay. Ähm. Bevor ich irgendwas mache... Ich will... Alter. Jungs, ich will durch, ne? Ich will durch. So. Oh, zack ich mal. Stun. Ciao. So. Du auch. Stun! Oh, fetter Blob! Scheiße. Oh. Hallo. Äh. Katze? Hey, du bist wieder... Wie bist du hierher gekommen, Mädchen? Äh. Oh Gott. Es scheint so, als hättest du mein Auge auf mich. Ja, Etage 13 ist natürlich die schrecklichste Etage. Okay. Hier brauche ich ein Messer für. Ne, ich weiß was, ich gehe runter. Oh! Eine Axt ist auch gut. Ah, gut. Ne, dann kann ich nicht weiter. Ich muss sagen, ich hätte gerne alles nochmal durchsucht gehabt. Okay. Ich hätte an sich gerne alles durchsucht gehabt, aber als mir dieses Vieh da hinterher gefolgt ist... Nein, danke. Äh, das Vieh hinterher gefolgt ist. Ich meine, dass dieses Vieh da plötzlich in der Tür stand, war das so... Äh, nein. Nein. Ciao. So, hier, sag mal, auch abgeschlossen. Ja. Das war... Kommt nicht mal ein Geräusch. Okay. Zack. Zack. Fuck. Okay. Gut. Ähm... Da geht's nicht. Ja, Katze. Schön. Hi. Hi. Skid up. Au! Alter, du bist fucking nochmal gestunt. Sei gest... Mann! Ach, das ist einer von denen, die mich nicht hören können eigentlich, ne? Oh! Und... Bleib liegen! Oh, ich bin auch schon wieder voller Blut. Hahaha. Wunderbar. Okay. Oh Gott. Ähm... Wo muss ich hier lang? Das ist die einzige Tür, die ich jetzt aufmachen kann. Aber ich... Ich hoffe, dass, äh, sie jetzt nicht wieder Husten bekommt, weil... Sie ist dieses ganze... Ge... Zuppel in der Luft, ne? Sondern, dass es, äh, im Krankenhaus tatsächlich nur am Dingens lag. Äh, wie heißt das? Ähm... Na, woran lag es denn? An dem, ähm... Giftzeug, äh, Gemisch... Molotow... An den... Geister-Molotows. So. Woppa! Aaaaah! Ja! Perfekt! Bleib liegen! Geht doch. Aber war hier was? Okay. Das Armband leuchtet immer noch rot. Okay. Hätte ja sein können, dass es noch was gibt. Huh! Woh! 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 geflatscht. Hey. Alter! Alter, blitzt ihn doch! Geht doch. Oh oh. Nein! Hi, Großer. Yeah, Mädchen! Du kannst das! Oh, hier geht's. Oh, nein! Nein, ich wollte da nicht runter! Ich wollte... Nein, kann ich wieder hochmachen. Ach, Mann. Ich dachte, ich könnte da noch irgendwie dran vorbei kurz gehen, aber... Oh Gott, das nervt. Okay. Okay. Ähm... Ich müsste auch langsam, langsam aufhören. Ja, außerdem... Äh... Frisst es mich grad an, dass ich, ähm... ...nicht mehr oben bin. Weil ich einen Raum mindestens übersprungen habe und dieses große Ding. Ich hätte das zu gern angegriffen. Ähm... Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass sie da runtersleidet. Okay. Ähm... Ja, einfach ganz kurz gesagt... Äh... Tschö, adieu und bis zur nächsten Aufnahme, indem es dann hier so weitergeht. Ja. Tschö! Det wird es... Ja.